Ja, so wie sie sehen sind meine ganzen Sachen tschau, weil der Server really gestartet ist und keine Ahnung warum die jetzt weg sind. Ich weiß es nicht. Genau, wer das Game Murmpitz ist. Einfach nur scheiße, die schöne M4, die komplett ausgerüstet war, weg. Geil. Ist der Hammer, dieses Spiel ist der Hammer. Early Access for the Win. Geilste ever, geilste Erfindung. Scheiße, mit der Scheiße. So ne Scheiße. Ja, ich guck erstmal wo ich hier bin. Entweder ich sprech dann die Aufnahme ab, oder... Ja, ich renne dann einfach mit. Ja, wo ist denn der Rest jetzt hier? Ich bin da gerade, Moment. Momenti, Murmpitz. Mir sagt er, bitte warten. Ja, so der Wack ist das wie ich. Hacke. Ich muss eine ganze Minute warten. Versteh ich nicht. Das ist eigentlich mal schlecht zu finden, aber das... Da hätt'n Zombie. Im Brunnen. Oh oh. Ist das ne Scheiße, ey. Warten musst du auch noch warten? Ich muss noch spawnen in ner halben Minute. Oh, ich bin da. Warten musst du warten. Warten musst du warten. Warten musst du warten. Ich bin... Ich weiß wo ich bin. Oben am Airport fast. Scheiße. Warum, Alter? Warum spawnt der mich irgendwo hin ohne Sachen? Ich versteh's nicht. Das kommt einer grad aus dem Haus. Hm? Das bin ich. Immer noch. Okay. Ja, keine Ahnung wie du aussiehst. Ja, ich würd' sagen, ich mach hier erstmal Aufnahmepause und den Weg, das ist scheiße. Ja, machen wir so. Dann mach ich Aufnahme weiter, wenn ich bei euch bin. Okay. Bis gleich. Ciao. Ciao. Moin, da sind wir wieder. Moin. Moin. Da wird's jetzt mit den Nasen hingerannt. Das Spiel ist scheiße. 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 Ich hab da mal geguckt. Vielleicht liegt da mal eine Leichterung rum. Ah, ne. Das ist aber wie gestartet. Ah, das ist... Mann. Was ist denn da passiert? Ich versteh das nicht. Ah. Entschuldigung. Sind die Binärdaten irgendwo weggeflogen? Weg? Was? Wer rett da rum? Wollt ihr euch denn abschießen? Nein. Er rennt mir rum... Er steht mir rum mit dem Bauarbeiterhelm. Kann doch nur noch offen sein. Es muss offen sein. Ja, ich hab dicke im Bauarbeiterhelm. Ich hab Hunger und Orst. Gebt mir Essen, gebt mir Trinken, gebt mir alles. Ich nehm mal Mattens Cowboyhut. Was ist das hier? T-Shirt mit Orange in White Stripes. Das ist aber schick. Voll verwirrend irgendwie. Wie gewittert sind draußen irgendwie auch, glaube ich. Ja. Echt? Ich hab nicht immer schon die ganze Zeit das Blitzchen hier so aus den Augen irgendwie so. Ja, bei mir... Ich hab auch schon mehrere Blitzchen gesehen. Keine Ahnung. Ist ja funny. Mhm. Soll verwirrend irgendwie auch. Was hieß noch? Afghane? Mhm. Spielaaaah. So, ich kann dir hier Cola hinlegen. Oder Bier oder so, Mumpels. Ganz genau, der Typ mit dem gelben Bauarbeiterhelm bin ich. Leg mal jetzt zwei Bier hin, ne? Ja, gib mal her. Jawoll. Ja. Wie sich rein in den Körper damit. Äh, wenn du das nicht. Wer ist das so am Holz? Sorry. Das bin ich. Aber ich weiß nicht wo der zu mir hin rennt. Tobias! Achso. Ah! Ist da drin, okay, alles klar. Wer schießt denn hier? Ich. Offen. Ist er da hinten am kleinen Häuschen? Ja, ich dachte... Ich dachte... Ja, genau. Ich hab nur noch ne Packung Essen hier. Äh, was ist denn das? Ist mir die Scheiße weg hier. Ich hab hier so ne Packung Spaghetti, die kann ich dir hinschmeißen. Die muss aber Michi das auch machen. Michi. Mach mir mal mein Essen. Achso. Nee, hab's ja selber. Ist das keine Scheiße. Das nächste Mal geh ich nicht als Erster auf den Server. Das ist mir auch schon passiert, dass die ganze Sachen weg waren. Ah, ich glaub schon... Einmal ist mir das auch schon mal passiert. Hä? Bist du durch? Da hab ich auch voll die... Da hab ich auch komplett ausgerüstet. Heute? Was? Bist du das hier? Ja, ich... Ich... Lass mir grad von dir nutschen. Dachte ich. Ja, ich bin ready. Wo mir ich ist weg. Nochmal zu schnell zum Brunnen, dass ich gejated bin. Und dann geht's los. Ich kann ja als Kanonenfutter vorrennen. Wenn ich sterbe ist nicht schlimm. Also treffen wir uns am Brunnen oder was? Ja. Hier schon geguckt? Hier ist ne Waffe. Oh. Was ist denn für einer? Wo ist die Waffe? Ja. Ah, so ein Sportgewehr, ne? SKS, so glaub ich. Äh, ganz oben. SKS? Ja, mit... Ja, mit... groß. Boah! Die packt da so fest. Das ist kacke. Wo denn? Ganz oben? Ganz oben, genau. Ganz oben auf dem Dach? Oder in der zweiten Getabe? Sondern wenn wir jetzt wieder reinkommen. Okay. Hier drinnen? Gleiche rechtsseite der Tür. Das weiße. Kann ich mal nicht nehmen. Gib dich doch mal hin, du Arschloch. Oh, bist du zu dumm oder was? Mach mal die Tür zu hier. Wie geht das? Wie geht das nicht? Ja, ich hab's. Mimosin ist es. Mimosin? Geil. Ich hab mal Longrange. Ja, du hast es nur noch hingeschossen. Ja, du hast es nur noch hingeschossen. Wo gibt's? Dann kann ich ja auch nicht reden. Ah, das ist doch schon mal etwas. Falte, brauchst du noch ne Hose? Ja. Ich hab keine Hosen. Dann bring ich dir gleich eine mit. Er hat keine Hose. Ich hab nicht Platz geschafft. Hast du Mimosin hingeworfen, Michi? Ja. Die liegt keiner bei mir. Ich sehe hier nix. Tschau. Was ist denn hier los, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Nicht nix hinwerfen, Fossi. Es verschwindet hier. Der Server mag uns nicht. Oder hat's hier runtergefallen oder so? Ja, hier draußen. Draußen richtig? Nee, ich mein nur, Fossi soll es da hinwerfen. Ja. Okay. So, Muniz drin kann ich dir auch gleich sehen, ne? Ja, Michi hat mir schon welche dahin geworfen, aber die ist weg. Ach so, ja, hier. Hast du noch genug, Fossi? Ja, ich hab jetzt noch ein bisschen, äh... Ich mach mal kurz nen Testschuss, um zu gucken, wie die Kugel fliegen, weil es worden ist. Ach man, hier hab ja keine Muni drin, ich probel. Jo, danke. Na ja, denk dran, mit Bild ab und Bild auf kannst du halt die Meter einstellen. Ja, ich weiß, das hab ich dir gesagt. Hast du das richtig gesagt? Nein. Das hab ich euch gesagt. Ja, richtig, das hat Fossi rausgefunden und, äh... Ich hab's dir gesagt, als du das hattest. Nee, ich musste nur mitteilen, ne? Also, als du wusstest. Dann hast du mal wieder nicht zugehört. Ja, aber ich hab's extra gesagt. Perfekt. Ja, aber dann wusste ich das schon. Aber ich hab's dir auf jeden Fall gesagt. Also, ich hab was mit Fossi rausgefunden. Das weiß ich noch. Müsste sogar eine Aufnahme irgendwo sein. Ja, genau. Hast du die Folgen nicht richtig geguckt, Michi? Du böser Bub, du. Zeit hab ich auch nicht. Ja, aber Zeit, um 5000 andere zu gucken. Ja, das, äh... Müsste auf jeden Fall gut sein, dass mal, äh, das Dings... Ziefenrohrwins worden ist. Ja, das passt. Ey, ist mir egal. Ja. Naja, ich wollte's nur testen. Seid ihr jetzt noch am Brunnen, oder wo seid ihr? Vom... 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 äh... Haus. Warte, ich komme. Wolltet ihr die nicht zum Brunnen? Ja, warten wir. Wo wieder? Jetzt sind wir am Brunnen. Aber kein Oppen da. Doch. Hallo. Hallo. Buuuu. Warte ... ich schmeiße dir erstmal die Hose hin. Yo. Teuer dabei ist der wo's trinken wer! Ja der musste ich glaub' ich nur fünf Jahre trinken. Ja jetzt wär fertig. Hier, ist noch n bisschen mumpelnd. Oh cool Danke Kann mir mal wärmer ein Essen aufmachen Ich hab auch nichts zum Öffnen Hier Hier Juhu danke So, hau ich mir mal die Pipsi rein, dann können wir los Juhu Okay So, warte noch keinen Moment Das mit dem Einstellen, mit dem Meter einstellen Das wusste ich nicht, das hast du mir nachgeguckt Ja, ich bin da draußen, mitten in der Nacht und es ist trotzdem so warm, dass ich nicht pennen konnte Hast du auf dem Sofa geschlafen? Ja, um 6 Uhr morgens, wo es schon übel hell war, hab ich mir dann gedacht Ne, leck mich am Arsch, jetzt geh ich nach Hause Ich hab wohl irgendwie das Gefühl, man grönt sich dran, aber das ist äh Zuhause hier in meinem Kellerloch muss ich erstmal runterkühlen, um 7 Uhr oder halb 8 oder so konnte ich dann endlich mal einschlafen Ja gut, bei Michi zu kennen ist aber auch das Problem, du klebst dir damit der Haut auf dem Sofa fällt Ja, richtig Das ist nicht Phase an Du brauchst die übelste Bauchmuskeln, um da hochzukommen Ich muss noch aufpassen, dass dir die Haut nicht abreißt Du musst nur aufpassen, dass dir die Haut nicht abreißt Ja, phase ist ähh Ist nun ähh Cerdo, ne Elektro Oh, das wird glaube ich interessant Wohl Wie viele Spieler sind hier drauf? Die sind im Alexander oder? Noch nicht viele Ich weiß nicht, ob wir einen Server wechseln Ich würd sagen, erst mal noch ein bisschen plündern, damit du noch ein paar bessere Sachen kriegst. Ja, stimmt, das ist für euch besser. Du hast auf jeden Fall einen Rucksack brauchst du. Ja, dann können wir auch drauf scheißen und dann bleiben wir einfach auf dem Server und wenn wir, ich weiß nicht, ob wir was noch zum R-Splip dann schaffen, der ist eigentlich nicht so weit weg dann. Das geht eigentlich. Das ist ne eure Maximal-Uhrzeit so. Halb zwölf. Ja, das sollten wir eigentlich schaffen. Ja, halb zwölf passt gut. Locker. Ja, mir ist das Latte. Ja, also fahrt ihr überhaupt nicht hoch oder was? Jo. Wann fahrt ihr denn? Viertel vor sieben? Viertel vor acht. Viertel vor acht. Oh Mann. Das Junge sieht doch. Irgendwo wer ist. Das hat sich grad richtig witzig angehört. Ja. 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 Ja, ja. Du hast mir grad an den Arsch gegrapscht. Das ist real physikalisch gar nicht möglich. Ich kenn deine Tricks. Ich weiß nicht ob du das weißt, aber wenn du eilst... ...durk hältst... Das ist ganz praktisch. Okay, ich wollt grad sagen... Ja, dann bricht sich fast das Genick. Sehr cool. Ich wollt grad sagen, nimm lieber den Stern, weil bei mir kackt's bald ab. Oh, hör mal. Oh, Stern geht nicht mehr, ne? Doch. Bei mir schon. Nö, bei mir nicht. Hm. Vielleicht kann ich deswegen das Binokular nicht mehr benutzen. Vielleicht sind deswegen meine Sachen weg. Es kam ein Update, welches bei mir nicht verfügbar ist und ich trotzdem auf der neuesten Serversion spielen kann. Deswegen ist bei mir alles verkackt. Ich räum weiter. Vielleicht sagst du, da kommt einer, ey. Ey, das ist... das... das sieht so witzig aus. Wenn uns hier einer sieht, ey, dann lacht sich kaputt. Na richtig, das hab ich auch schon gedacht. Da denkt sich, hä? Mein Liegender. Naja, wir suchen nen Zug. Freefrack! AKM! Feuer! Buh, 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 buh. Schauen wir mal unten. Kurze Schuss. Ich geh auf jeden Fall gleich noch in Dusch, nee. Ich geh gar nicht. Walter Drängler. Du, 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 du. Shadowhawks kommen durch den Regen gerannt. So, das müsste... Factory sein. Ja, genau. Danach kommt Elektro. Wartet mal kurz. Gruppenfoto. So, mal kurz die Karte neu justiert. Äh, nee, danach kommt Soinichi. Dann kommt Kami Shobo. Und dann kommt Elektro. Dann noch ein Stück an der Küste lang. Dann kommt Brigorotti. Und dann kommt Czerno. Und dann noch ein Stück. Für ihn weiter sind wir am kleinen Airstrip. Ich würde ja fast sagen, wir überspringen Elektro einfach. Weil Czerno ist eh größer. Glaub ich. Und dann, äh, plündern wir an Czerno noch ein bisschen. Dann kommt das zeitlich auf jeden Fall hin. Wollen wir nicht erstmal hier die Fabrik plündern? Oder gibt's hier nichts? Ja, dann müssen wir jetzt gucken, was wir machen, ne? Also ich würde schon sagen, wir rennen komplett durch. Ah. Das ist ja doch schon ein, einiger Weg. Also lieber am kleinen Airstrip noch ein bisschen länger bleiben als... Hier. Oh, Zombie. Egal. Einfach laufen. Ja, rennt sowieso hinter euch hinterher. Oh, oh. Wo ist denn da? Ah, ich kümmere mich mal drum. Ja, oder so. Perfekt. Wartet auf uns!